Yo Leute, was Knabe? Ich bin wieder hier! Bobby Teva! Jetzt fragt ihr euch, warum ist das so hell? Ich habe zwei Softboxen gesteckt. Könnt ihr sie mal schauen? Eines und hier eines. Genau die gleiche, wie Prank Bros haben. Und ja. Vorhaben ist mal Alexa zu testen. Und ja. Schauen wir die schöne. Alexa, spiele eine Musik ab. Deine Musik wird abgespielt. Alexa, stopp! Leute, heute ist so ein geiler Tag von mir. Was können Sie noch fragen? Wie schwer ist der höchste Tor? Alexa! Wie schwer ist der schwerste Tor? Darauf habe ich leider keine Antwort. Nein. Was können Sie noch fragen? Alexa! Hallo! Hallöchen! Leute, kennt ihr Akinator, aber das wird zu lange. Alexa! Schnick, schnack, schnuck! Schnick, schnack, schnuck! Okay! Was möchtest du tun? Die normale, erweiterte, Best-of-Five-Version oder gegen andere Alexa-Benutzer spielen? Normal. Okay. Die normale Version. Wie viele Runden möchtest du spielen? Eine. Alles klar. Eine Runde Schnick, schnack, schnuck in der normalen Version. Ich zähle bis drei, dann sagst du mir deine Geste. Eins, zwei, drei. Stein! Wir haben beide Stein. Was wohl passiert, wenn wir anfangen, sie übereinander zu stapeln? Unentschieden. Du kannst mich ja gleich nochmal herausfordern. Hm. Okay, sie ist sehr gut. Wir könnten sie noch etwas fragen. Und zwar... Also, meine Oma ist jetzt im Stab, sage ich, ich hoffe, das nervt euch nicht. Wir könnten noch fragen, wie alt bist du? Alexa? Wie alt sind sie? Ich bin seit dem 6. November 2014 erhältlich. Es ist seit 12... Nein! 2.000... Nein! Ernsthaft? Oh, mein... Es ist viel, oder? Okay. Alexa? Bist du dumm? Das ist aber nicht mit bei dir. Ah, danke schön. Okay. Das war's mit diesem Video. Alexa? Alexa? Das war's mit diesem Video. Hä? Nochmal! Das war's mit diesem Video. Ja! Und gebt ein Like und ein Abo. Ciao! Aw! O